Musik Unzählige Arbeitsstunden und viel Tüftelei stecken in der Erfindung von Harald Bayer aus Irnfritz, mit der sich der Waldviertler im März 2020 selbstständig gemacht hat. In seiner Garage hat er mit der mobilen Flaschenabfüllanlage ein Gerät entwickelt, das vor allem Bierbrauern das Abfüllen kleiner Chargen erleichtert und Zeit und Geld spart. Die Anlage soll dabei so einfach zu bedienen sein wie eine Kaffeemaschine. Wir wollen ein Gerät bauen für jeden Mann, anstecken und füllen und das Bier in bester Qualität vom Lagerdank in die Flasche bringen. Das ist das Ziel und mittlerweile verschieben wir es in etliche Länder. 600 Einzelteile sind in jedem Gerät verbaut. Dabei lässt sich die Abfüllanlage mit ein paar Handgriffen einfach an die Bedürfnisse der Abfüller kohlensäurehaltiger Getränke anpassen. Das ist die Abfüllanlage.